Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, Herr Bundesminister. Ja, da an diese Rede jetzt anzuschließen, das ist jetzt wirklich eine Vorlage, um ganz ehrlich zu sein, wenn man über moderne und über mobile Arbeitswelten spricht. Offenbar ist halt jetzt die Gewerkschaft der Vorreiter der modernen Arbeitswelt und der modernen Arbeitsrealitäten der ÖVP. Es sagt auf jeden Fall einiges aus, was hier gekommen ist. Ich möchte da aber wirklich auch direkt anschließen, weil ich glaube, durchaus sagen zu können, dass ich eine Vertreterin dieser mobilen Arbeit bin. Ich mache das nämlich wirklich schon seit mehreren Jahren. Ich arbeite in einem internationalen Unternehmen, das mir als Arbeitsort location-free Österreich gibt. Ich arbeite wirklich zusammen mit Teams auf der ganzen Welt. Und ob die jetzt in Kuala Lumpur, in Indien oder in Kalham sitzen, ist vollkommen egal. Wir machen das sehr erfolgreich und wir machen das wirklich über viele Jahre in einer Art und Weise, dass ich nicht nur den Vorteil habe oder dieses große Privileg habe, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen und mit denen zusammenzuarbeiten. Das sind auch Freundschaften, die hier wirklich entstehen. Und das sind die Arbeitsrealitäten im 21. Jahrhundert. Und dass das in vielen Ländern bereits Usus ist, das muss man natürlich auch sagen, dass jetzt Österreich draufkommt, dass man was tun könnte, ist durchaus schön. Und ja, vielleicht ist es auch das, was die Pandemie bewirkt hat, dass man zumindest verstanden hat, dass die Arbeitswelt auch anders ausschauen kann, als dass man um neun ins Büro kommt, um 17 Uhr wieder heimgeht oder wie das halt in den unterschiedlichen Betrieben gehandhabt wird. Deswegen gibt es auch dieses Paket. Und prinzipiell sind wir natürlich positiv gewesen, als das gekommen ist. Ich habe es auch im Finanzausschuss moniert, dass wir das sehr, sehr wichtig finden. Und wir haben natürlich auch einige Dinge da drinnen stehen, die ja durchaus sinnvoll sind. Also, dass Arbeitgeber eine Homeoffice-Pauschale steuerfrei auszahlen können, finden wir gut. Wir begrüßen auch, dass es Arbeitnehmerinnen jetzt möglich ist, eine Pauschale in der Arbeitnehmerveranlagen absetzen zu können. Aber was natürlich wieder passiert ist, und das, obwohl es im Regierungsprogramm, ich glaube, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten drinnen spät ist, eine Vereinfachung der Lohnverrechnung ist natürlich nicht passiert. Und das ist wahrscheinlich genau das, was passiert, wenn die Sozialpartner so etwas aushandeln. Es ist ein Mehraufwand für alle Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmer, Finanzverwaltung. Es ist einfach vorprogrammiert. Und der arbeitsrechtliche Teil, ja, da ist natürlich vollkommen missglückt. Und mein Kollege Gerald Lorca hat es ja schon angesprochen. Das mobile Arbeiten, die mobilen Arbeitswelten sind natürlich nicht angesprochen. Und ja, natürlich kann man im Homeoffice unterschiedliche Dinge machen und unterschiedliche Dinge erarbeiten. Aber letztendlich geht es auch darum, dass es nicht nur in der Wohnung ist. Natürlich geht man raus. Stellen Sie sich vor, jemand fährt, die Kinder abholen, weil die gerade im Sportunterricht sind oder im Musikunterricht. Jemand trifft sich auf ein Meeting in einem Kaffeehaus. Das sind die Realitäten, die wir haben. Und das sind die Realitäten, die natürlich nicht abgebildet sind in diesem Paket. Der Regierungsvorschlag, also zusammenfassend, vertut also eine Chance, dass man das Arbeitsrecht wirklich anpasst an die Arbeitsrealitäten der Menschen im 21. Jahrhundert. Und wenn ich jetzt hier diese Aussagen von der ehemaligen Wirtschaftspartei ÖVP höre, dann muss ich Ihnen wirklich konstatieren, von modernen Arbeitswelten haben Sie wirklich herzlich wenig Ahnung, meine Damen und Herren. Vielen Dank.